Willi Rethnov war ein dänischer Schauspieler. Leben Vor seiner Schauspielerkarriere war Rethnov 1958 als Blauhelmsoldat der Vereinten Nationen in Gaza stationiert. Von 1959 bis 1962 absolvierte er seine Schauspielausbildung an der Schauspielschule des Königlichen Theaters in Kopenhagen und gab noch während der Ausbildung sein Bühnendebüt. Anschließend spielte er große Rollen an vielen Bühnen Kopenhagens und im restlichen Dänemark. Unter anderem gehörte er sieben Jahre lang zum Ensemble der Amagaskin. Auch in einigen Revüen war er als Darsteller zu sehen. 1960 gab Rethnov sein Filmdebüt als Widerstandskämpfer Kim Malthebrun in Frihedenspriss. Einem breiten Publikum wurde er als Egon in der Fernsehserie Odisemiter bekannt. Er trat auch in zwei Filmen der Olsenbande auf, so etwa 1971 als Betrüger Rico in die Olsenbande fährt nach Jütland. Daneben spielte er mehrere Nebenrollen in den Erotikkomödien der Sänge-Kantenreihe. Filmografie 1960 Frihedenspriss 1962 Weekend 1963 Dronningens Wagtmester 1964 Mord vor Abend Teppe 1964 1964 Jungfernstreich 1965 Jensen Länge Lewe 1967 Die Italiereke Apelzina Die Italiere Hest 1967 Nühavenschklade Gatter 1967 Der Schmucke Arne und Rosa 1968 Kompanie Stillgestanden 1969 Pigen F.R.A. Eckbock 1969 Ballade Park Ballade Park Christianshaven 1971 Die Olsenbande fährt nach Jütland 1972 Studentenfutter 1972 Mantenpaar Mantenpaar Svanegaden 1972 Nugadenpaar Dagmar 1973 Romantikpaar Sängekanten 1976 Hilfe Hilfe Meine Frau ist eine Hostess 1976 Den Doppelte Mand 1979 Die Olsenbande ergibt sich nie 1982 Die Parallele Leiche Eine Leiche zu viel 1988 Elvis Hansen legen 程